Im Inneren der Bandrohlen der japanischen Garnmarke Noro entdeckt man gelegentlich den Begriff Wabi-Sabi. Wabi-Sabi ist ein japanisches ästhetisches Konzept, welches die Unvollkommenheit und Einfachheit betont und auf den Zen-Buddhismus zurückgeht. Es geht um die Anmut des Unperfekten und ein Garn, welches mit viel Handarbeit hergestellt worden ist, ist niemals perfekt. Es hat dicke Stellen und dünne Stellen, reißt vielleicht auch gelegentlich, doch genau darin liegt die Schönheit, sich nicht abhängig zu machen von vergänglichen Schönheitsidealen, sondern im Unperfekten Zufriedenheit zu finden.